Ich freue mich in der ersten Reihe nicht unbedingt mit dem Handy auf die Körperabend zu schalten. Es ist sehr gut und es wird sich einfallen. Es ist sehr gut in der Halle und die Tollnerin sieht alles so gut aus, dass man keine zusätzliche Röhrung braucht. Das stört die Tollnerin auch, wenn sie auf der Grunde durchtürt. Bitte lassen Sie es nicht mit Ihren Handys ausgeschaltet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.